Oh, zu spät, immer wieder das Handy aus, na super. Ich glaub's ja wohl nicht, aber... Oh Gott, ich erschieße mich. Oh, hör zu, ich war gerade auf dem Weg hier. Hey, hey, hey! Wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Und das ist Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Also pass auf, was du sagst, ja? Ähm, ja, also, ähm... War so klar. Was ist denn jetzt wieder? Gib doch einfach zu, dass du sie geil findest. Ja, sie ist ganz hübsch. Na und, was spielt denn das hier für eine Rolle? Keine. Außer, dass es dir total die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Mach du, was du willst. Ich geh da jetzt nochmal hin. Was? Wohin? Zu Anna Domspitz. Ja, war ja klar. Viel Spaß. Was ist denn eigentlich los mit dir? Nichts. Hallo. 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 Kann man die beiden Männer abholen? Mimi, willst du gar nicht wissen, was es gewesen ist? Nein, Anna. Es interessiert mich nicht, womit du und Martin beschäftigt wart. Mimi. Mimi. Untertitelung des ZDF, 2020